So meine Freunde, weiter geht's! Jetzt müssen wir mal schauen, in welche hier hinten die Richtung ist. Sieht ganz danach aus, dass dies unsere Richtung ist. Ich glaube, hier in diesen Wäldern musst du vorsichtig sein. Da kannst du nicht so flitzen. Was ist das für eine Rübe? Ne, Pflanzenfaser. Aber ich denke mal, wenn wir auf diesem Weg bleiben, kommen wir uns tödlich im ersten Mal, oder? Ja. Sind wir auf dem richtigen Weg, denke ich mir. Erstmal wieder was essen. Ja. Fünf. Oh, wir haben nur noch ein Wasser. Das ist das Schwert, jawoll. Da drüben ist es tödlich im ersten Mal. Aber immer nicht. Ach, kommt die, auch gleich mehrere. Tja. 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 auch das auch viel kupfer sehr viel kopf aber auch dünne wildschweine das ist das ja ein verlassenes lager oder ist da wird er noch immer drin ist das leben schwer machen was ist hier ist nichts weiter biecher können wir mitnehmen hier können wir nicht mal schlafen also das nützt uns gar nichts das feuer nehmen wir mit falls wir unterwegs uns wärmen müssen was ist dort oben was ist das ist das leben ja eigentlich wollte ich eine hacke nennen jetzt habe ich hier oben alles klar ich wechsele mal gegen die bandagen neben klumpen alles klar gut ich habe gedacht das ist was anderes ich habe gedacht das ist bernstein oder sowas aber ist es leider nicht wasser kenne ich bald wieder gebraucht hier ist doch wasser perfekt ein wasser gefunden dann hat der kollege auch noch was einstecken nehmen das ist auch nix stoff fetzen wenn ich brauchen wir jetzt nicht weiter weiter lachs nehmen wir mit ich sehe es schon wieder von beiden 7 Das ist aber schön. Wir müssen doch nicht da durch. Bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Da will ich doch aber nicht hin. Oder müssen wir doch durch dieses Miasme. Was ist das? Gefugium der Flamme. Wechsel, wechsel. Oh, jetzt wird es ja dunkel. Jetzt wird es hier dunkel. Habe ich denn einen Altar dabei? Ich glaube nicht. Ich muss mir auch ein Fottel anfangen. Steine habe ich auch keine dabei. Die habe ich zu Hause rausgebracht. Was ist das hier? Ewiger Erdwegblock. Aber hier kriegt man doch Steine raus. Wir haben doch eine Hacke. Sechs. Das ist Erde. Oh Gott, das wollen wir jetzt nicht weiter. Hier die Beine, die Tümer aufsammeln. Da hinten kriegen, sind sie schon wieder unterwegs zu Collagen. Ich wollte eigentlich hier was aufbauen zum Schlafen. Gebuttelt, das Grab gebuttelt habe ich mir schon wieder genommen. Da kommt noch Kreaturen. Mit dem, den hast du gleich zerlegt. Ne, der hat eine Bombe gekriegt. Was habt ihr dabei? Alles mit Runen. Vor allem die Runen kann man gebrauchen. Rückspuren. So, jetzt muss ich erstmal nochmal umdrehen. Oh, jetzt muss ich langsam anfangen. Ich glaube, die Knochen tue ich löschen. Das Fleisch tue ich auch löschen. Die Erdbeeren, da benutze ich gleich eine. Das Lagerfeuer habe ich jetzt weg. Die Steine, die brauchen wir. Die Stoffhetzen, die haben wir weg. Die Ruheln hier hoch. Was haben wir denn noch? Schön ist dabei. Was ist das? Lehm klumpen. Da haben wir schon genug zu Hause. Die tun wir auch löschen. Die eine Erdbeere essen wir nachher. Das behalten wir. Die Erde, die kann man auch löschen. So, so viele Alternativen haben wir jetzt nicht mehr. So, wollen wir sehen, ob die Sonne schon wieder auf geht. Wir setzen uns jetzt hier, wir produzieren uns jetzt mal hier einen Altar. Gut. Den setzen wir uns hier hin. Den setzen wir uns hier hin. Ah, der ist auf der 6. 6. Setzen wir ihn hin. Und jetzt bauen wir uns, ich habe extra ein Bett mitgenommen. Das Bett setzen wir uns jetzt hier her. Na, es ist schon ganz gut, dass wir uns das mitgenommen haben. Das Bett setzen wir hier her und wenn wir geschlafen haben, werden wir auch die Werkbank aufbauen, um all unser Zeug wieder zu reparieren. Na bitte. Es wird doch schon wieder hell. Auf, mein müder Geist. So, das nehmen wir schon mal wieder auf. Dann schauen wir mal. Hier haben wir die Werkbank. Dann setzen wir uns hier hin. Dann tun wir erstmal alles reparieren. Aufnehmen. So, und die Flamme, die werden wir wieder löschen. Tilge die Flamme. Klamme pilgen. Ich hoffe, dass wir heute noch unser Ziel erreichen. Ah, ich werde diesen Frosch im Hals nicht losgehen. Irgendwie hat er mich, hat er Besitz für mich. Weg ist er. Gut. Wie sieht es aus mit Steinen? Habe ich noch Steine einstecken? Die kriegt man ja irgendwie nicht wieder. Alles klar. Jetzt haben wir ja Tageslicht. Ah. Ich stehe jetzt meine Hack. Hier. Die Steinspitze habe ich nicht miteinander. Dazu haben wir uns ja noch, für einen Fall der Fälle, die nächsten Steine gleich bereit haben. Fünfe brauchen wir wohl. Vier. Vier haben wir. Na, da haben wir doch noch was. Na, da haben wir doch noch was. Na, da haben wir doch noch mal einen Fünfe. So. So. Jetzt geht es hier weiter. Das ist aber tödliches Fiasma. Da können wir nicht lang. Wir müssen theoretisch hier lang. Ich hatte eigentlich aber den Schrein der Flamme, der ist mir... da muss doch irgendwo irgendwo sein, der ist noch zu weit weg. Also. Wir markieren uns wieder unser ursprüngliches Ziel. Ach. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Wegpunkt setzen. Alles klar. Ziele. Beuerstelle für die Bäuerinnen. Genau. Das ist es richtig. Gut. also 600 meter haben wir noch sind ja noch mehr drin führt uns der weg durchs tödlich ist jetzt nicht grenzwache reglern und das klingt da nicht gut wenn es war glaube ich geht und wird auch bestimmt ganz schön betrieb aber wisst ihr was falls das ja doch schief und in die hose geht mit der grenzwache dann bauen wir uns jetzt gleich mal wieder eine flamme her so die haben wir die hake wir mal raus die haben wir wieder auf der 6 genau wenn wir jetzt es nicht schaffen dann werden wir hier auf alle fälle wieder munter da oben ist nämlich schon der erste Saturn dann erwischst du irgendwie nicht ist es immer zu weit oder zu kurz soweit kannst du das schießen ein geht nicht auf unsere teile obacht geben das erlebigen wir doch dann anders denke ich mir aber auch schwein gehabt haben wir die ganzen ganzen landen in die lüften bringt ja das haben wir ja schon drin in unseren in winter das kann man ja stecken und dann haben wir alles mit dem rest immer wieder löschen so mal schauen wenn wir jetzt hier noch finden neue bomben haben wir auch dabei jeder merkt wie es herkommt ist er weg der unten kragelt noch immer rum kommt er jetzt hier hoch ich glaube nicht auch normaler stein ich habe doch das ist was besonders grün ist das wird überall dieser hässliche schlamm es dort wird auch vieles zu tun es gibt auch vieles zu tun wir müssen die Cloud sieben 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 Gegner getötet ist 0xp. Warum 0xp? Ach, weil wir schon die Tür für 25 Stunden unterhalten. Das ist mein Bruder! Blödsinn! Wir müssen hier nicht schützen oder was? Fürscht worden! Ja, jetzt sind auch noch welche. Ja, jetzt sind auch noch welche. Ja, jetzt sind auch noch welche. Jetzt ist das in die Luft gesprengt. Das sind aber ein Haufen von denen. Oh Gott! Ich dachte, meine Frau immer pickt Mama oder was? Das ist ja nicht so ein Sticker. Sieht so aus. Das müssen wir uns halt mit der auch noch anlegen. Jetzt liegt das hier unten. Das war doch sowas schon prasslich. Sie bleiben alle an der Ecke hängen. Das ist ein Sticker, Mama. Aber die machen wir doch nicht. Die machen wir doch. Die machen wir doch so weg. Die Schreile im Boden. Die machen wir doch nicht. Aber das sind die Schreile im Boden. Die machen wir doch nicht. Aber das ist das alles weg. ich hoffe dass das uns blinderer mutterkopf jetzt kann man nämlich auch unsere flange erhöhen mit diesem ding so jetzt schauen wir mal ob hier irgendwas ist nö hier ist nix hier können wir schlafen wollen wir aber nicht wollen wir aber nicht hier ist noch was zum zum zerschießen oder blinder das stoff fetzen die brauchen nicht eine truhe vergiftete kupferfeiler natürlich ich gucke ich erstmal in meinen jetzt mal wieder rausschmeißen können das wort das kann man ja was ist das jägerbogen stufe 13 fernkampfwaffe den haben wir doch wir haben stufe 13 waldlangbogen also den können wir den können wir zerlegen da gibt es geld dafür den können wir halt nicht zerlegen den helmen was haben wir denn noch nichts weiter was man jetzt schon vermichten können die erdbeeren die foto aber so alte wir haben schon mal wieder da hinten leuchtet was redet ist was ist das kreissägeblatt haben wir gefunden dann schreie noch oder liegen leichen pflaster und seinen weg gibt es denn hier noch irgendetwas interessantes sieht eigentlich nicht da waren wir schon unten rum da kommen wir ins meine hilfe ist mir erst mal da wollten wir eigentlich nicht kommen wir dort über ja warten wir es dass wir dort über schwingen ja wir sind hier drüben und was hat uns das gebracht ich hoffe mal dass wir es täglich im auch hier ist noch eine syrule fuhr knisternden zauberstern den schaden 29 waffe für mittlere entfernung da muss man den aufladen mit irgendwas den wer denn wir mal ausrüsten und zwar gegen das holz brauchen wir nicht löschen nehmen wir mal die sechs ne da geht den können wir verwenden gut was ist das stadtmauer block bitte wir haben uns eine stadtmauer gebaut jetzt haben wir das rezept jetzt können wir uns die blöcke bei perfekt perfekt da kann man unsere ganze stadtmauer wieder abreißen und meldball und meldball komm meldball kletter hier hoch das ist doch ein komischer turm hier kann man hier rum ist das eine werkbank die ist kaputt eine kaputte werkbank da waren wir doch oder hier unten waren wir noch nicht hier waren wir noch nicht böse falle böse falle weg ist er jetzt muss ich direkt mal doch wir sind in stufe 25 wir haben jetzt wahrscheinlich ja wir haben 6600 punkte wir haben die höchste stufe erreicht jetzt schon die höchste stufe das kommt aber durch mein vieles gemetzler das ich veranstaltet habe was gibt es hier gibt es auch nichts besonderes da brauchen wir nicht nur gucken das ist das erste mal da wollen wir nicht hin also so was besonderes gibt es hier gar nicht grenzwache da sind wir doch schön hier haben sie einen katapult naja naja es geht es geht Wasser, vor allem Wasser, hier können wir noch mal was zu schießen. Ja, das ist etwas von klein. Wird jetzt nicht zerlegt, wird zerlegt wie alles. Das hätte man auch von hier vorne lassen können. Hätten wir uns da hier unten lang schwingen müssen, bleibt es nicht. Egal. Hier hinten waren wir, oder? Ja, hier ist die Truhe, alles klar. Dann sind wir hier abgebogen. Hier hoch. Jetzt weiter, kommt an. Gibt es noch Seite, weiter. Hier. 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 Ach, hier ist die Tür. Ein Wurzelstab. Ausrüstbar. Stu 120. Das sieht ja ganz gut aus. Kann man auf alle Fälle erst mal mit. erst mal haben so jetzt sind wir eigentlich hier jetzt geht's schon müssen wir jetzt wir müssen weiter in diese Richtung in diese Richtung müssen wir weiter also ich würde sagen wir springen hier ab müssen auf alle Fälle jetzt hier um das Miasmarub aber das meine Freunde das machen wir gemeinsam in der nächsten Folge wir springen jetzt erst mal hier runter wir sind auf alle Fälle auf dem richtigen Weg wir haben doch hier hinten haben wir hier hinten ein Altar gebaut den haben wir erst mal wieder mit haben wir doch hier da gehen wir wieder hin schnell reisen den machen wir gleich auch hier weg das ist noch nicht weit aber warum soll man soll man laufen wenn wir uns dort hin bieten was ist das denn was ist das denn Erkunden Erkunden nee da lassen wir diesen Altar erst mal hier stehen und schauen mal was uns hier drüben macht ah ich seh's schon jetzt sind da irgendwelche Hunde unterwegs hier irgendwelche Wölfe oh ja das mit dem Zauberstab das war also keine gute Idee ich kann ja eigentlich auch mal ähm ähm eh eine Bandage wo hab ich noch die hier habe ich hier oben anstatt von Bomben legen wir uns mal die Bandagen hier hin mein Schwert habe ich einstecken kommt her ihr Band der donnenfester hier war ich doch schon mal oder hier waren wir schon mal oh das bin ich gefallen jetzt haben sie mich platt gemacht du kriegst die motten das muss ich von weiten der nächsten folge das muss ich durch fernkampf erledigen also von hier aus wie sieht es mit meinen pfeilen aus ich habe noch wo sind die 332 normale 109 kupferpfeile und noch kupferpfeile oder schrottpfeile das war einfach jetzt mache ich aber hier einen cut und wir sehen uns in der nächsten folge mit mir ja wie Untertitelung des ZDF, 2020